willkommen zu einem neuen kleinen spiel hier übrigens koromon ist eine super empfehlung werde ich auch bald streamen denke ich habe es mir schon runtergeladen schadpunkt oder das kenne ich nicht ich habe punk gesagt ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken obwohl wir müssen hier kämpfen oder wenn wir ich habe vorhin in den tastenbelegerungen irgendwas von laserpistole gesehen ich will nicht kämpfen ich will einfach ich will einfach nur das reicht mir in dieser schönen bunten welt glibber saugen und erforschen ist gerade voll okay die dinger okay das war jetzt einfach nur instinkt aber macht macht spaß die demo wie der uns einfach dazu guckt da oben ein bisschen zittrige beine der kleine ne woher gehst du wirst es gibt mehr Leben hier als ich dachte Bex ich habe Tiere was echt? haben sie Töne und Klauen? einige von ihnen haben sie, ja wenn du verhörst werde ich dich töten Was? Woher hat das unser Scanner das alles weiß? Das ist bestimmt eine Meta-Connected. Mit Stress. Okay. Warte mal, wie kommen wir denn? Ach nee, warte, wir brauchen... Wir brauchen so einen Energieball. Den bekommen wir bestimmt von hier hinten oder so. Scan, scan. Warum kann ich hier nicht aufsaugen? Achso, nicht so nahlich nützlich, okay. Die haben brauchen wir auch so einen Ding. Klar, wer will sich einfach seinen Kopf überall reinstecken. Ähm, wo hatten wir so eine Pflanze? Ich glaube, die waren ein bisschen weiter hier hinten, oder? Oh, hab ich was vergessen. Warte mal, ich... Nee, das war vorhin an der Brücke. Ach, da, da. Ich, ich sehe sie. Knallhart dran vorbeigelaufen. Es ist teilweise so, UI-Elemente irgendwie zu spielen. Aber finde ich gar nicht so verkehrt. Ich nehme diese, danke sehr. Thank you very much. Give me all your resources, please. Thank you. Warum ist das hier alles nicht nützlich? So, jetzt müssen wir das Teil auf jeden Fall da irgendwie rüberkriegen, aber das sollte kein Problem sein. Das ist das, was wir haben? Das ist das, was wir haben? Das ist das, was wir haben? sie schon auch wenn das design sehr sehr einheitlich ist sieht das so kann man schon sagen alles sehr lovely haben wir überlegen ob wir hier schon weiter gehen oder oder auf der anderen seite da weiter gehen weil ich weiß gar nicht ob es hier weiter geht überhaupt doch hier können wir auch runter ich komme hier kommen wir noch nicht lang oder doch eine verletzte solltest du die verschmutzen gegen schön schön dass ich noch nicht mal weiß wie viele lebenspunkte wir überhaupt haben da ich glaube wir haben immer so zwei drei treffer zumindest hat mir jetzt schon klein moment zumindest hatten wir ja einen kleinen moment wo unser bildrand ja so man muss ein bisschen aufpassen wo ich hierhin trete da ich frage ich frage mich wie unser po5 das alles kompensiert bei dem ganzen schroder den wir einsaugen auf jeden fall noch nicht alles wo ist mehr ich brauche mehr glipper 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 hier unten sieht eigentlich alles clean aus so good thing I'm not claustrophobic so so Oh, 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 oh. Sok, sok, sok. Hmm, nie trzeba ma alles. Nur für den guten Herrn oder Dame bauen wir jetzt wahrscheinlich eine Brücke, wa? Oder auch nicht. Irgendwie kommen wir jetzt da hoch. Oder gibt's noch so eine Energiequelle, wo wir so ein Flamm... Can you believe we got here before anyone else? Oh, was bist du denn? Die Materialien saugen wir ja auch alle in unseren Rucksack, ne? Cool. So, ähm... Ach, schau mal da. Ah ja, okay. Also, müssen wir... Können wir das einsaugen? Also müssen wir uns jetzt so ein kleines Pflänzchen wiederholen. Da oben war das. Und dann schmeißen wir das da rein. Ja. 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 Toll, wow Ja, super Hier was geben Ja, haben die sich ja Haben die sich ja super ausgedacht hier Wohl Ah ja doch, nee, passt doch Give me all your staff Na ja, hier haben wir Oh, hätt ich mal scannen sollen, ne? Ich seh gerade nicht ganz, wo es weitergeht hier Äh, der Hirsch ist Gibt's hier Fallschaden? Der ist hier lang gelaufen, ne? Äh, haben wir nur Bonus Bonus-Route gemacht Oh Rettet das Tier Wir nennen, wir nennen ihn Frank Rettet Frank Hey, leave it alone, you little turds Na komm Schau an Hallo, das ist unfair Hat der ganze Zeit Diese Dinger jetzt mal geschmissen Ich glaub dem, dem Glibber Dem, dem, dem ist die Sicherung durchgegangen Das ist ein Hörschaden Frank Frank Oh, was Samer, oder? Wir nennen sie Sissy Kümmer dich um Sissy Da, da, da Da, da, da Oh nein Außenrum erstmal noch gelaufen, oder? Können wir nochmal zurücklaufen? Ja, ne? Okay Laufen wir, äh Einmal da außenrum Wollen wir uns wahrscheinlich nur hier ein bisschen Material noch Jo Okay Hat sich ja voll gelohnt Wie Inwieweit, äh Die Materialien hier Große Rolle spielen werden Aber das ist, glaub schon ein bisschen was, oder? Weil wir Wirklich sehr viel von dem Zeug sammeln Okay Da, Sissy Hallo, Sissy Oh, look at you Ah, you're okay You're saying hello, aren't you? Hi Hi there All right Off you go What the hell Is that? Whoa That thing is massive Hey Hex, looks like we're not the first intelligent life on this rock after all I mean I mean There are structures all over this area What? Yeah There were definitely people living here I hope you're sure about the past 10 Not a free lane encounter Sure looks deserted I'll send you some scans Ureinwohner Würde ich einfach mal sagen Da 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 di Da 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 Klingt auf jeden Fall Oh, look at these inscriptions Hey, Bex How are your skills in ancient alien alphabets, huh? Bit rusty, to be honest But send a scan my way and I'll have the computer work This translation is going to take a while Any clues on how to crack this gate open? Seems like the control mechanism is triggered by some sort of energy pulse Hmm, I've got a wonky thermal accelerator on my workbench And I think Was war mit Escape, war das? Ach ey Puls abfeuern Um Maschinen in der Nähe zu aktivieren Füge deinem Powerhandschuh einen modifizierten thematischen Beschleuniger hinzu Drücke erst rechte Maus, dann E und dann Was ist das hier? Kevlarfaser Mehr aushalten, bevor du bewusstlos Du hast verstärkt, wenn der Stoff da ist Scham's Oh, ich glaube Oh Gott, ich glaube hier ist ein richtiges Kampfsystem noch bei Dabei dachte ich, wir müssten einfach Und Sissi retten Okay, mit dem, den können wir uns teleportieren, also schnell reisen Hmm 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 Das ist unser erstes Upgrade, oder? Uh, I'm sorry. I kept you waiting, but you know what I'm like when I get excited Let's see Yummy Mwah That was so good. Oh, yeah, my taste buds are still in heaven Well done, Kurt Team God's earned Tomorrow I gotta find a way to change his speech code He needs to learn to say something else Well, I'm going back out as soon as the sun's up That animal I saw, I can't even describe it It was so beautiful And we've discovered traces of an old civilization Who were they? Then can it tell us something about the energy signal? That's what I want to know Yup Hey, you should come with me for once Let's adventure together In these shoes? Nah Maybe we'll get famous I can picture the headlines Scavengers discover unknown alien world Make a fortune Scrappers, try to escape deaths Die in agony on shitty space rock Everything's gonna be fine I can feel it in my guts Wish my guts were more like yours Planning on sitting out here all night, or what? Just a bit longer Suit yourself I'm in the bunk Lights out, Kurt You don't serve Thank you for your selling So So Außerirdisches Material sammeln Um Lebenspunkte wieder Jetzt Warte, ich will ja erstmal lesen, was das kann Absorbiere Gang, um Für kurze Zeit schneller ran zu können Hm Ganz schnell absorbieren Ein Upgrade Kinetischer Energie Ich glaube, das hier wäre auf jeden Fall schon mal gar nicht so verkehrt, oder? Das ist ja eine neue Fähigkeit, wenn man so will Cool I'm loving this new look for pumpkin Badass Get a room, you two Warte, aber ich bin ja, ich bin ja neun Jahre nicht fertig hier Und dann, ähm, mehr aushalten, bevor du bewusstlos wirst, verstecke ich den Stoffdienst Ich glaube, dadurch, dass wir so viel Gang, also Glibber aufsaugen, fände ich das, glaube ich, auch ganz cool Dass das ein bisschen schneller geht Ach komm, nehmen wir das noch mit Dann sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs mit Ah ja, doch Also wenn die beiden sich am Ende des Spiels nicht küssen Was gab's denn leckeres eigentlich? Ein tragbarer Ofen, meistens von Grül verwendet Nur manchmal, weil mir Stöcker erbietet Ein bisschen was Bis Geschmack, okay Gut, natürlich Gut, natürlich Irgendwie macht mich das fertig. Vielen, vielen Dank für Ihre Bestellung. Super Kurt.